Das kann ich nur verewigen. Du brauchst keine Angst haben. Ich nehme mal ein Gämpchen. Danke. Ja! Ja! Habt ihr die E-Mail von Warmstück gekriegt? Hm. Wollen Wolfgang nicht? Nein! Hast du eine gekriegt ein? Kann grad nicht. Ich bin mit meinem Kumpel. Die Krüßlerzimmer, brauchst oben nicht bescheid sagen. das ist der Wolfgang mit dem Mögen.